Norddeutscher Rundfunk 2021 Wir präsentieren uns mit großer Freude Die duale Karriere an der Polizeiakademie Niedersachsen Die Polizei ist ein guter Arbeitgeber, weil man sein Studium und auch seine sportliche Karriere gut unter einen Hut bekommt Auch wenn man viel unterwegs ist mit dem Sport, wird trotzdem danach geguckt, dass man sein Studium auf die Reihe bekommt Der Stundenplan wird einem so geregelt, dass man nicht viel verpasst Und wenn man etwas verpasst, wird alles für einen wiederholt Oder Module, die man nicht mitbekommt, werden nochmal für einen zugeschnitten Damit man wirklich auch sein Studium neben dem Sport auch wirklich schafft Ja, unser Studium ist auf fünf Jahre gestreckt Das erste Studienjahr laufen wir noch ganz regulär unter verminderter Stundenzahl in einer normalen Studiengruppe mit Ab dem zweiten Jahr haben wir dann in einer Kleingruppe Unterricht, wo wir nur unter uns Spitzensportler sind Das hat den Vorteil, dass unsere Stundenpläne individuell angepasst werden können Zudem haben wir zwei Praktika während unserer Studienzeit Diese können wir an einem Standort unserer Wahl abhalten, sodass wir eben Training und Praktikum perfekt miteinander kombinieren können Ja, durch das Sportleitungsstattum und den OSP Niedersachsen hier in Hannover haben wir wirklich echt top Bedingungen, um zu trainieren Wir haben hier einen super modernen Kraftraum oben, haben die Leichtathletikhalle, in der man im Winter seine Einheiten abliefern kann Wenn es draußen nicht geht, dann haben wir oben noch das Erika-Fisch-Stadion, das Leichtathletik-Stadion, in dem wir seit neuestem unsere Trainingseinheiten abliefern können Wir finden hier echt top Bedingungen vor, um hier wirklich an unsere Leistungsgrenze zu gehen Wir finden hier natürlich auch ein sehr guter Tag worden Erika-Fisch-Stadion 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 Es war schon immer ein Traum von Niki und mir, zusammen eines Tages mal siebener Rugby-Nationalmannschaft zu spielen und dadurch, dass Rugby seit 2016 olympisch ist, ist eben das Setup auch in Deutschland viel, viel professioneller geworden. Wir trainieren unter professionellen Bedingungen und da ist es eben wichtig, dass wir einen Arbeitgeber haben, der uns freistellt für Maßnahmen, für Trainings, für Wettkämpfe und da ist die Polizei Niedersachsen ein hervorragender Unterstützer, wo wir eine Ausbildung machen können und nebenbei unseren Sport, den wir so lieben, ja eben auch weiterhin auf hohem Niveau. betreiben können. Wir sagen ganz klar, Augen auf bei der Berufswahl. Nutzt die duale Karriere bei der Polizei in Niedersachsen.